Live-Stream wird gestartet. Hallo und herzlich willkommen bei unserem ersten Live-Stream hier. Wow. Das hat geklappt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, herzlich willkommen hier bei dem Live-Stream auf YouTube jetzt auch. Dann gehe ich mal halt, unser Mädchen gesteilt zu sein. Nee, lass es mal. Und wir wollten euch herzlich einladen zu unserem kommenden Live-Stream der Weinprobe, der Online-Weinprobe. Wir werden versuchen, das auch auf YouTube online zu stellen. Am liebsten parallel mit der Facebook-Live-Probe, also am Freitag, am kommenden Freitag um 18 Uhr. Wir wissen aber leider noch nicht, ob das möglich ist. Und deswegen sind wir uns schon am Überlegen, ob wir dann einen Ausweichtermin auf Samstag zum Beispiel holen und dann noch eine Live-Probe machen, falls es halt eben nicht funktioniert. Wenn es funktioniert, umso besser, umso schöner, dann können wir alles gleichzeitig machen. Und das würde uns auf jeden Fall freuen. Ja, super, klasse. Wir haben ein Thema vorbereitet. Das Thema lautet Prädikatsweine. Sind Prädikate noch sinnvoll bei dem trockenen Wein-Stil? Und da haben wir eben drei verschiedene Weine, die wir euch zusenden würden. Das eine ist das Prädikat Qualitätswein einfach nur, dann Kabinett und Spätlese. Dass wir einfach dann also einen Überblick bekommen, wie was schmeckt, wie sich die Qualitäten dort auszeichnen. Ja. Hast du noch was zu sagen? Ja, ich freue mich auf Freitag. Ich freue mich auch auf Freitag. Hoffentlich live auf YouTube. Ansonsten wird es Samstag. Wir werden es gucken. Wir werden es spontan gucken. Und hoffentlich wird es ein paar Leute geben, die dann auch noch mit dazu kommen. Ja. Würde uns freuen. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl.